Einen schönen guten Tag! Ich begrüße euch aus einem Regionalzug der Deutschen Bahn. Hier gibt es einen Großraumbereich mit zweier Sitzreihen, vierer Sitzgruppen, Mehrzweckbereiche mit Klappsitzen und dazwischen noch ein paar Toiletten. Ja, und mit diesen Bereichen sind fast alle Regionalzüge in Deutschland ausgestattet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und aktuell reicht das auch völlig aus. Denn die Bahn bietet nämlich gegenüber dem Auto den ganz klaren Vorteil, dass man zwei Dinge auf einmal machen kann. Erstens, man kommt von A nach B. Und zweitens, ja, man kann währenddessen noch ein bisschen sich ausruhen, ein gutes Buch lesen oder auch mit ein paar Einschränkungen arbeiten. Aber was ist, wenn Autos mal autonom fahren? Dann bietet ja auch das Auto genau all diese Vorteile, die ich eben gerade beschrieben habe. Und zudem bietet ja das Auto immer den Vorteil, dass man umsteigefrei von Haustür zu Haustür kommt. Das heißt also, aus individueller Sicht wäre es gerade bei regionalen Verbindungen immer vorteilhafter, mit dem Auto zu fahren. Aus gesamt volkswirtschaftlicher Sicht wäre das angesichts vieler ungenutzter Schienen und vieler völlig abgenutzter Straßen eine komplette Katastrophe. Und damit auch noch in 50 Jahren möglichst viele Leute mit Regionalzügen fahren, hat sich die Deutsche Bahn ein Konzept überlegt, dass das Bahnfahren gegenüber dem Autofahren wieder richtig attraktiv machen soll. Und dieses Konzept heißt Ideenzug. Und diesen Ideenzug, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Der Ideenzug ist noch kein richtiger Zug auf Schienen, sondern ein 1 zu 1 Modell von einem Doppelstockwagen mit 22 Modulen, in das alle entwickelten Ideen eingebaut wurden. Ausgestellt war das Modell vom 18. bis 23. September 2018 vor der Innotrans in Berlin. Und jetzt gehen wir dann auch endlich mal rein. Im Eingangsbereich sind Monitore über den Türen und neben den Türen angebracht, die Informationen zur Fahrt, Umsteigebeziehungen, Orientierung an größeren Bahnhöfen, sowie einen Überblick über den Aufbau des Zuges geben sollen. Daneben eine Möglichkeit, Fahrräder platzsparend unterzubringen, sowie E-Bikes mit Strom aufzuladen. Weiter geht es mit Angeboten für Fahrgäste, die auch während der Fahrt sich bewegen wollen. In der Fitnesskabine können verschiedene sportliche Übungen durchgeführt werden. Und wer diese Übungen so hinbekommt, während der Zug gerade über drei Weichen fährt, ja, vor dem ziehe ich den Hut. Wer mehr seine Ausdauer trainieren will, der sollte dann auf eines dieser Spinningräder aufsteigen. Und wer nach dem Training richtig Hunger und Durst hat, dem bietet der Ideenzug die Möglichkeit, an Automaten verschiedene Getränke, Snacks oder Backwaren zu erwerben. Im daneben liegenden Launch-Bereich gibt es außerdem Tische, an denen man das Handy ohne lästige Kabelverbindungen aufladen kann. Das nächste Modul verfolgt das sogenannte Public Viewing-Konzept, an dem auf einem großen Bildschirm ein populäres Fernsehprogramm, also bei entsprechender Uhrzeit, zum Beispiel ein Fußballspiel, gezeigt wird. Im nächsten Modul steht wieder ein Bildschirm im Mittelpunkt. Auf diesem breiten Monitor können Informationen zu den Orten angezeigt werden, die der Zug als nächstes erreicht. Alternativ können auch Nachrichten eingespielt werden. Ein Konzept für Züge, welche auf Linien mit dichten Halteabständen fahren, ist der Low-Budget-Bereich, an dem Fahrgäste, die nur kurz mitfahren, sich etwas zurücklehnen können, anstatt zu stehen. Nachdem der Ideenzug mit dem Hintergrund konzipiert wurde, möglichst vielen Fahrgasttypen ein attraktives Reiseerlebnis zu bieten, gibt es auch einen Bereich für Familien. Da wäre zum einen das reservierbare Familienabteil mit ununterbrochenen Sitzbänken und zum anderen das Kinderspielparadies mit verschiedenen Kletter- und Spielmöglichkeiten zu nennen. Wenn die Kinder dann groß werden, werden Computerspiele sicher auch interessant. Und auf diesem großen Bildschirm können hier gemeinsam verschiedene spannende Duelle ausgetragen. Eine in den modernisierten S-Bahnen von München bereits umgesetzte Idee ist der Lounge-Bereich. Dieser ist vor allem für Gruppen gedacht. Denn bei einer solchen Sitzanordnung lassen sich leichter Gruppengespräche führen. Um die sonst starr vorgegebene Zweiersitzreihen- und Viersitzgruppenbestuhlung aufzulösen und an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen, wurden im Komfortbereich Sitze mit umklappbarer Rückenlehne eingebaut. So kann man zum Beispiel auch dann immer in Fahrtrichtung sitzen. Eine Idee, die es früher bereits mal in Schienenbussen gab. Für Reisende, die ganz in Ruhe die vorbeirauschende Landschaft genießen möchten, sind diese drehbaren Panoramasessel mit schalldämpfenden Blenden entwickelt worden. Wer so verspannt ist, dass er nicht mehr aufrecht da sitzen möchte, kann sich erstmal in einem Massagesessel mit Blick auf eine Mooswand entspannen. Wer aber von der Arbeit so geschafft ist, dass selbst das zu anstrengend ist, beziehungsweise wer in der Früh noch nicht ganz ausgeschlafen ist, der kann im Powernapping-Bereich noch einmal Kraft und Ruhe bei einem kurzen Schlaf tanken. Ein Tipp noch für Langschläfer wie mich, besser mal einen Wecker stellen. Und hier sehen wir nun die Weiterentwicklung der ersten Klasse, die sogenannte Premium-Glas. Sie bietet verstellbare Ledersessel mit ausfahrbarem Sichtschutz. Für Kunden der Premium-Klasse soll es dann auch einen extra Getränkeautomaten geben. Der Genuss eines frisch gebrühten Kaffees führt dann auch sicher dazu, dass man wieder konzentriert arbeiten kann. Und das geht besonders gut im Einzelabteil mit dem Namen MyCabin. In diesem kleinen Büro lassen sich dank der Abteiltüre auch vertrauliche Gespräche führen. Für alle Module wurden im Übrigen auch passende Beleuchtungskonzepte entwickelt. Abschließend noch ein paar Anmerkungen zum Ideenzug. Um die Benutzung von Modulen wie der Fitnesskabine, Powernap, Massagesessel oder MyCabin zu regeln, sollen extra Reservierungsbuchungen nötig sein. Außerdem wird exakt genau so wie dieses Modell kein einziger Waggon der Deutschen Bahn ausgestattet werden. Die einzelnen Konzepte werden eher auf verschiedene Wagen verteilt werden, beziehungsweise auch nur in Abhängigkeit vom jeweiligen Einsatzgebiet der Züge eingebaut werden. Soll ganz einfach heißen, Massagesessel werden in Regionalexpress-Züge eingebaut, aber in S-Bahnen eher nicht. Entwickelt wurde der Ideenzug im Übrigen ein halbes Jahr lang von der Südostbayernbahn, dem Innovationslabor der Deutschen Bahn D-Lab, der Designagentur Neomind, den Produktinnovations- und IT-Abteilungen der DB Regio und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, sowie in Zusammenarbeit auch mit Testkunden von Agenturen. An der Realisierung des Ideenzuges haben insgesamt 30 Unternehmen mitgewirkt. Für weitere Informationen könnt ihr euch auch die in der Videobeschreibung verlinkten Artikel durchlesen. Etliches aus dem Ideenzug lässt sich bestimmt schon in den nächsten Jahren realisieren und manches scheint mir dann doch eher in fernerer Zukunft realistisch. Wenn gleich ich lieber anstatt auf diesem harten Sitz hier doch viel lieber in einem bequemen Massagesessel jetzt sitzen würde. Und welches Modul aus dem Ideenzug würdet ihr nutzen, wenn es das jetzt schon in Regionalzügen geben würdet? Was hat euch aus dem Ideenzug am besten gefallen? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Und vor allem würde mich jetzt noch eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Findet ihr diesen Ideenzug kompletten Blödsinn und voll vorbeigedacht an der Realität? Oder sagt ihr, angesichts des Zukunftsszenarios autonom fahrender Autos ist das ein wichtiges Zukunftsprojekt, was auf jeden Fall weiterverfolgt und auch realisiert werden sollte? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Ich werde mir alles durchlesen. Und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen euch. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.